Hey! Ich komme! Ich bin schneller als du im Wasser! Aha! Viel schneller! Junge, hat der Spaß! Jesus, es ist echt krass! Es ist so geil! Hallo Leute! Willkommen wieder zurück zu Letze auf den Spielen! Die Kackseler wird uns auf kommend mit der FB-31. Ich werde auf Skype zugespelnt, geil! Ja, ihr seht hier das erste Mal, noch ein Low-Hop. Ihr seht, man kommt auch Spielern ziemlich schnell hinterher. Funktioniert auch ziemlich gut. Oh, erstmal gegen Wand laufen. Das kann nicht gut. Andere Neuerungen sind noch... Äh, gibt's jetzt erstmal... Ich kann hier V-Port auswählen. Gibt ja auch noch Latest V-Port. Ist ein bisschen langsamer. Funktioniert aber im Prinzip genauso gut. Aber der Other ist halt schneller. Und der Old V-Port, der wurde da halt reingemovt. Der war von HC-3-1-2, soweit ich weiß. Oder so ähnlich. Und der Typ, der hat ja mal richtig Spaß gehabt. Er erhitte mich kein einziges Mal. Sehr gut. Ja. Na, mach mein SNS erstmal weg. Jetzt ist's wieder da. Haha. Okay. Unter anderem gibt's jetzt noch ein AAC-Jesus. AAC Latest heißt das Ganze. Ich kann's gleich nochmal zeigen, nachdem der tot ist. Mich nicht 5 Milliarden mal rodet. Äh, einen haben wir. Einen zweiten auch gleich. So, das war's von der Runde. Äh, hier AAC Latest. Kann ich auch gleich mal zeigen. Und wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Jo, Leute. Willkommen wieder zurück zur nächsten Runde. Hä, ich wollte einfach mal eine Rüstung machen. Idiot. Wir haben jetzt mal kurz VPN ausgemacht. Der geht Keloro auch mal wieder besser durch. Da läuft mir auch schon einer hinterher. Ich zieh kurz eine Rüstung an. Und jetzt läuft er weg. Krass. Achso, Xen ist jetzt übrigens dabei. Ist halt jetzt eine krasse Runde. Die ist jetzt halt schon mal 200% aufgewertet. Junge, die hässlichen Teppiche. Und er steilt ihn mir. So, ein Kick. Ihr seht, Leute, die Killora geht jetzt ein bisschen besser durch. Aber noch ganz leicht. Achso, ohne VPN. Achso. Alter, ich hab ein Kill. Es lieben nur vier Leute. Oh mein Gott. Ich hab ja richtig fehlgemacht. Ja, da oben ist einer. Und noch einer. Ist aber schnell hoch. Das sind die alle. Schon besser. Oh, da ist der letzte. Mal eben bisschen von den Teppichen ausweichen. Na, der wollte gar nicht, dass ich ihn töte. Krass. Oder ist ein Goldapfel. Nein. Ach, okay. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Da sind wir in der nächsten Runde. Oh ja, geil. Ich hab schon wieder so viel Müll. Hey, kann ich vielleicht eine Brustplatte oder irgendwas haben? Ich hab jetzt gefühlt 300 Kisten aufgemacht und hab ne Hose. Und Schuhe. Ja, und der Typ hat einfach instant Eisensch- Alter. Der hätte mich nochmal schlagen müssen und dann wäre ich tot gewesen. Oh Mann. Ich will doch nur... ne Brustplatte. Irgendeine. Ich soll nochmal ein paar Kisten suchen. Oh, endlich, Mann. Ach. Gutes Equipment. Ja, er hat auch noch nichts. Einer ist tot. Andere hoch. Perfekt. Dahinter die Leckzeug. Ahem. So, da oben sind auch noch ein paar. Wir können auch nachher eventuell Survival Games spielen oder... ...Bad Wars. Ich würd echt gern noch den Cheeses zeigen. Und so würd ich sagen, wir spielen da hinten. Ne, nur das Survival Games. Erstmal. Echt lang da hochgehen. Die sind auf jeden Fall da hinten. T-Menty 2. Wer weiß. Der sollte jetzt dann auf jeden Fall tot sein. Junge, Alter. Nerv nicht. Oh, Mann. Ich hab einfach nur zwei Herzen gehabt. Richtig geil. Und wir sehen uns dann gleich in der Runde des Survival Games oder so wieder. Da sind wir in der nächsten Runde. Wir spielen jetzt Survival Games. Aber ich glaub, hier gibt's kein Wasser. Noch besser. Kann ich nicht mal Cheeses zeigen. Oh, Mann. Leute. Ich würd's gerne zeigen, Mann. Oh, lol. Ich hab sogar ziemlich guten Stuff. Nice. Das wird zig. Oh, die Team-Endy. Ach so, das bist du. Ich dachte, das ist sein Bait. Oh, Mann. Ey, diese Speed. Ist so lecker. Leck. Als ob wir jetzt beide in dem TNT waren. Loll. Oh. Loll. Loll. SoulSend funktioniert. Ist aber schön. Nein, meine Kills. Ich will. Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Wo leider seh ich kein SoulSend XD. Hab ich's überhaupt an? No. Slow. SoulSend. Der ist an. Oh, Mann. Da ist er. Da ist er. Ich liebe es mit Speed. Der Viper, der ist echt sexy. Kann man endlich wieder schön Survivor Games spielen. in Runden, die nicht Ewigkeiten dauern. Wir sind ja gleich im Deathmatch. Wir haben fast drei Minuten. Boah. Junge, der Typ. da lecker stuff nur slow souls und es geht halt echt auf arci dieses anti titel ist so scheiße ich wusste nur kurz wusten die weg aber die capes sind schön die haben alle gsafe user und in gsafe gibt es ja auch so eine tolle funktion dass man automatisch gefremdet ist das heißt wenn jetzt irgendein anderer gsafe typ drin wäre in der runde der wird dann automatisch gefremdet richtig nice und man sieht hat die caps bei allen anderen gsafe user auch wenn sie die wlp sammalt gelbe dann würde ich halt die gelbe sehen und die premiums an der blaue dann sehen die anderen hat blaue kids ich packe da erstmal das ist ja mal richtig gut das ging aber schnell ja ok wir sehen uns gleich in der nächsten runde da sind wir der nächsten runde will dass der wahl der gameswerk gibt es ja jetzt mal wasser wäre schön ich will doch nur den schießzeug wer will ich doch gar nicht das war der einzige wunsch ach es geht auch schon los schicke schicker stuff man hier warte 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 gibt es tolles zeug ich will ja leute es geht einfach alles erhofflich gibt es hier was das sieht aber schlecht aus bis jetzt bis jetzt leute schinkentwickler lecker oder sind drei leute sind vier leute noch besser fünf leute der muss doch kurz sterben da gehe ich zu dem mann hier so ein tiefes wasser schade schade da rechts das wasser leute gehen wir gleich hin sobald der tod ist ja endlich so dieses an machen und ja das ist noch ein bisschen verpackt man muss halt muss es auf dem wasser machen noch es wird aber noch gefixt und ihr seht es ist ziemlich schnell also so im letzten würde man ziemlich gut hinterher kommen ist auf jeden fall ja hey guck mal wasser und ich habe mal schief mit der film bekommen da kommen zwei die laufen auch schon wieder weg ich will den kripten töten meins ein schön ich habe ja ein schwecker warte 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 ich muss hier entschicken es ändert mich irgendwie wieder an für solche ich habe fünf schwecker bezahlen hier holst du sie hat auch schon ein ja wieder voll viele leute ich habe einen goldapfel gegessen wollte ich gar nicht weil ich auf dem falschen slot komm her nein ja so ist nice was denn stuff brauche ich eigentlich er ist mal ein ballenbott usen den sollten wir eigentlich noch vor dem def match bekommen ja hey geh weg nein wir sind ja noch zu zweit fuck ich habe es viel zu spät gecheckt leute ach ok aber elf kills war eigentlich eine ziemlich nice runde und wir sehen uns dann gleich in der nächsten runde wieder da sind wir wieder in der nächsten runde die xenta hat übrigens in der letzten runde auch neun kills das heißt wir zwei haben in der letzten runde 19 kills gemacht 20 ich kann nicht zählen man neun und elf sind ja 20 naja 20 von 24 leuten muss man ja sowieso noch einen abziehen das ist krass nach 20 von 23 getötet äh ich nehme das zeug mal eben mit es ist mir zu wertvoll das ist noch ein letztes bekommt die körper könnten sich drei letztes ziemlich gut ich hoffe es ist denn das was ist das bitte für ein team ich geh weg das ist ein 3er oder 4er oder was weiß ich wie großes team aber den bekomme ich neun man muss auftauchen und dann schießt es an machen dann funktioniert es auch problemlos ihr seht ihr seht dass ihr das ist sehr gut funktioniert oh gott ja es war gar nicht so praktisch dass ich das da war ich muss kurz gold und apfel essen und ich geh mal weg mal kurz weg schwimmen und wieder hinschwimmen ne die sind zu gut equipt auch lass mich mich halt bewegen Junge geh halt weg ach man darf nicht leertaste drücken ja es ist ein bisschen tricky da muss man die moves erst raus haben und ich geh echt mal weg von den zwei es wird mir sonst zu viel oh fuck er wurde gebannt achso es ist gar nicht gesinnt ach es ist ein anderer user das ist sehr gut jetzt seht ihr die tolle IRC Version äh die tolle IRC Funktion die wird auch in dem nächsten Update noch hidebar gemacht äh es legt manche eventuell ein bisschen auf wenn da ab und zu ein bisschen gespammt wird oh Junge sollte er mal herkommen die zwei sollten wir problemlos bekommen ja da geht es auch schon weiter ich bin ein bisschen low und eigentlich will ich nicht gegen das Team da kämpfen solange ich so wenig Leben habe na gut das alleine umso besser hey ich komme ich bin schneller als du im Wasser viel schneller Junge hat der Spaß haha Jesus ist einfach nice es ist so geil er macht gerade ein triple kill ähm ähm und der eine fertigt einfach hey ha 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 easy der eine schreibt schon wow haha alles klar wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder rein bis 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 zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.